der stört den fried spielen wir jetzt paradies fische eigentlich hätte ich nie gedacht dass sie so friedlich sind es gab nie mord und umschlag mit einer fische die zwei müssen sich natürlich mit dem imponiergehabe beweisen das ist ein schöner fisch der war auf den deckel guck die sind immer der arme die zwei verstehen die sehr gut wie heißt es das ist posthorn schnecken